Ja, ich darf Sie zurück begrüßen nach der Mittagspause. Wir mussten schnell noch ein, zwei technische Probleme lösen, aber jetzt soll es dann auch weitergehen, und zwar mit dem Krieg der Plattformen und der Ökosysteme, oder wie man neudeutsch so schön sagt, War of Platforms. Dieser Krieg der Ökosysteme und der Plattformen war ja bislang eine, sagen wir mal, eher übersichtliche Angelegenheit. Da war auf der einen Seite das Apple-Lager mit den iOS-Geräten und auf der anderen Seite Googles Android mit Geräten von Samsung, HTC und anderen. Und nun, wir haben es heute Morgen schon in der Eröffnung gehört, schickt sich Microsoft an, mit dem mobilen Betriebssystem Windows Phone und zusammen mit Nokia sozusagen in einer ganz ungewohnten Rolle hier auf den Schauplatz zu treten, nämlich als Herausforderer, der diesen etablierten Markt noch einmal neu aufrollen möchte. Allerdings sind Sie dabei, auch das haben wir heute Morgen schon gehört, vor allen Dingen auf die Unterstützung der Entwickler angewiesen. Der App-Entwickler, denn diese kleinen, unkompliziert zu nutzenden, schnellen Apps, die sind es, die den mobilen Endgeräten ja erst ihre wirkliche Funktionalität liefern, die sie nutzbar machen für die Nutzer, das heißt, die ihren Nutzwert ausmachen. Und das ist natürlich Grund genug für uns heute hier, den Schauplatz der Auseinandersetzung zu besuchen, den Herausforderer einzuladen, das Thema zu diskutieren, doch bevor wir das tun, vor allen Dingen mit Jan Gaberding von Microsoft und ihn um seine Keynote bitten, hier zunächst mal ein einleitendes Briefing in das Thema von Richard Kitt von Madvertise. Jetzt haben wir, habe ich das Ganze schön in Englisch vorbereitet, aber ich werde versuchen, das einfach mal so auf Deutsch vorzutragen. Richard hat schon seit 1999, wie ich gelesen habe, im Mobilbereich gearbeitet. Er ist ein Pionier im Bereich der Umsatzoptimierung für Online-Publisher und der Geschäftsmodelle, der Return-on-Investment-Modelle für Werbungtreibende. Das hat er früher schon, diesen Profession bei DoubleClick begleitet. Er hat später dann gearbeitet für Adconium Media und nun eben für Madvertise. Und da mal, das ist erst mal gewendet, Richard, bitte. Da war mein Stage. Schönen Dank, Dankeschön. Eigentlich diese Microsoft-Situation von gestern, von heute hat mein Vortrag komplett tueinander gebracht. Die Situation ist ähnlich, wie ich vor ungefähr zig Jahren hatte, 1989, als ich auf der Uni war und musste einen Vortrag vorbereiten mit dem Titel Ist die Wiedervereinigung Deutschlands eine Realität oder nur ein Traum? Damals hatte ich gesagt, Ende Oktober 1989, mein Traum wird gar nicht passieren. Zwei Tage vor meinem Vortrag, passierte es. Ich musste meinen Vortrag dann dementsprechend Ablage P legen. Da fühle mich ein bisschen so heute, bestätigt, wie Ossi gesagt hat, und First Page, Stück der Zeitung, Microsoft läuft ab und an, mich das Ganze durcheinander, erst mal herzlichen Dank. Move on.